Wollen wir ins Freibad gehen? Ja klar, können wir machen. Wir treffen uns an der Kasse. Ich will noch was essen im Imbiss, dann gehen wir ins Wasser. Ja, wir wollen auch noch was essen. Ich gehe kurz in die Kabine. Wo bleibt Leon so lange? Komm, wir gehen ihn suchen. Okay. Was ist los? Ich kann nicht schwimmen. Könnt ihr mir helfen? Na klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.